Ein, eine Tüte bauen. Trip, trip, tupi, tupit, pöda, ba, 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 ba. Auch ein Hippie muss mal Pippi, seit Woodstock ist das klar. Die Toiletten-Situation bedeutet Segregation, das ist so und das war. Für die Mädchen Rock und Kleid und die Hosen für die Boys. Gegen diese Diktatur, erhebe deine Boys. Fundamental und digital, so ist die Jugend heute drauf. Doch gegen die Gender-Trennung macht sie den Mund nicht auf. Setzen wir ein Zeichen, in dem wir Mann und Frau jetzt streichen. Die Niere ist da fleißig und produziert Urin, der irgendwann mal raus muss in Hamburg und in Wien. Ob du Max heißt oder Lucy, ob Benni oder Hans, bist du vor dem falschen Türchen, dann beginnt der Pipi-Tanz. Darum schrauben wir sie ab, die einteilenden Wörtchen von unseren stillen Örtchen. Von unseren stillen Örtchen. Peace, äh, peace, äh, beides. Peace. Peace. Juice. Peace. Vielen Dank.